Aber man, ich jetzt kriege die Pause! Na, Dunkey! Dunkey! Ja, ne, die haben zwei... Worum? Worum? Hä? Ich bin nicht voll am Tempo da rüber! Wollen wir hier nicht gucken? Ja, jetzt lasse ich! Mua, spät! Mann! So! Ja, weibliuschen haben wir wieder! Und dann geht das Pause! Juhu! Juhu! So, die roten Palsche sind jetzt unbeleut! Dies hole ich nicht mehr! Die Däckchen noch? Nee! Ist klar! Ja! Die haben gesagt, nein! Warte! Wir waren... Wir waren garantiert im Vorstand! Jetzt haben die... Und so schnell gesagt, nein! Hä? Oh Mann! Das war jetzt lieber am Anfang! Tickige jetzt! Oh Mann! Wir geben die solche Tickige! Ich kann das nicht! Der ist niemals besser als ich! So... Warte! Ich kann das nicht mehr machen! 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 Ich bin jetzt auf vier! Baby Luisi! Boah! Boah! Das war Glück, ey! Das war Glück, ey! Oh! Das ist ein Danki! Der Klambo sagt... Mann! Den muss ich nicht treffen! Oh! Ja, die Zettel fällt bald um! Mach auch mal was! Das ist's. Da ist doch einfach nicht in hier! Da ist immer noch ein瞬間! Oh! Ich hatte ein Ding! Ja, Mann! Ja, 1983! Das ist ein Ding! Das ist ein Ding! Der Klambo sagt... Ich bin jetzt der Klambo! Ich hab nur die verdammten Penner. Oh Mann, ich hab nur Penner bei mir. Ja, Gibi, das nicht so, du bist das Nächste. Du bist die zwei Bässe. Oh Mann, Mann, Lüzi, du bist so eine... Oh Mann, ich hab auch Angst. Ich bin jetzt das Nächste Morgen bei Mario Kapi. Okay. Ja, Hallo.